Guten Morgen, 7 Uhr morgens. Bereit? Noch ein Studio-Vlog. Los geht's. Willkommen in meinem Studio. Immer mit Kaffee. Noch einen Tag mit Tattoos. Zeichen. Keines Tages heute. Heute ich mache ein geiles Brust-Bauch-Tattoo. Mehr Brust als Bauch. Aber ich filme für dich und du verstehst, was ich meine. Ich und die Kunde hoffen, dass wir alles schaffen heute. Wir gucken, wie lange die Kunde schafft. Vielleicht braucht er noch eine Sitzung oder vielleicht nicht. Ich werde das filmen für dich. Du würdest nie glauben, wie lange diese Zeichen dauert schon. Also ist nicht nur das. Ja, ist dein Oberarm komplett vorne und in der Innenseite. Die Innenseite ist schon fertig. Ich habe auf meinem TikTok gepostet. Wenn du nicht gesehen hast, dann mal hier. Und das ist der andere Part. Ich glaube, ich bin am Zeichen für dieses Projekt seit letzter Woche. Also insgesamt neun Tage. Aber ja, ich habe nie 21 Stunden zusammen. Insgesamt direkt zu malen. Ich habe Kunden. Ich habe Familie. Eigentlich. Deswegen, ich kann nicht jeden Tag am Zeichen sein. Ich muss Zeichen und dann Tattoos machen und dann Beratung und alles. Dazwischen muss ich malen oder muss ich die Arbeit nach Hause bringen. Fällt noch diese obere Part von ihrem Kopf und dann ist fertig. Und dann muss ich die Projekt-Mockup machen. In einem Arm die beiden Zeichen hinzufügen. So kann die Kunde sehen, wie es aussehen würde. Digital. Also in ihrem eigenen Arm. Aber ich finde es sehr geil. Es wurde black and grey. Realistisch. Ich muss noch ein bisschen dunkler machen. Die Kamera zeigt nicht richtig, wie es aussieht. Es ist zu hell hier. Aber ich muss noch ein bisschen dunkler machen. Ein bisschen mehr realistisch. Und hier, was du siehst, ist nicht genau so. Ich glaube, wenn ich heute es fertig mache, hoffentlich, ich lasse hier in der Seite ein Foto, wie es aussieht. Weil ich glaube, es sieht besser aus, als in der Kamera. Wie du gesehen hast, das war krass. Der hat Betäubung benutzt, deswegen war einfach und er hat es geschafft in einer Sitzung. Aber ohne Betäubung, ich glaube, der wird nicht schaffen. Der selber glaube, er wird nicht schaffen. Weil am Ende hat es schon Wege getan. Sowieso, diese Crema war echt geil. Ich habe nur ein Crema probiert. Das war diese TK etwas X. Ich weiß nicht, ich lasse hier die Foto. Diese Crema war auch gut. War mein erstes Mal, dass ich probiert hatte. Aber ich glaube, ich würde es auch schaffen, ohne Betäubung Creme. Ich möchte nicht so reden. Aber ich glaube, ich würde es schaffen, ohne Betäubung. Das hat auf jeden Fall an diesem Wege getan. Ich habe mein Brust gemacht. Aber diese Mitra, glaube ich ist Mitra, das er benutzt habe, ich denke, für diese Tattoo, das er gemacht hat, war sehr geil. Er hat von 9 Uhr bis 12 Uhr geschafft mit der Crema. Das Effekt betäubt hat geblieben. Es ist mir lieber, Tattoos zu haben, in meinem Körper ohne Betäubung. But, wenn ich irgendwann benutzen möchte, vielleicht, nicht vielleicht. Ich würde die Mitra probieren jetzt. Ich bin gespannt. Now, los geht's. Aufräumen und bereite für die nächste Sekunde. Bis gleich. Noch ein Kunde fertig. Und die Sekunde war einfach eine Tattoo zum Erweitern, weil sie hatte schon Schnöckel und Schmetterlinge, die Liebe Schnöckel und Schmetterlinge und sie würde erweitern. Und wir haben einfach die letzte Schmetterling, das sie gestochen haben, diese Feiner. Wir haben ein bisschen dicker gemacht, weil die erste Tattoo, also das Tattoo, das ist in der anderen Seite von den Armen. Man kann sehen, ist schon fertig. Haben wir schon lange her gemacht. Wenn sie hat die zweite Schmetterlinge gemacht, diese Feiner. Mein Stil war schon ein bisschen anders, war ein paar Jahre später. Deswegen hat sie ein bisschen mehr Feiner geblieben. Aber die Sekunde mag besser, wenn es bold, Kontur und schwarz, ein bisschen mehr dunkler. Deswegen habe ich die Kontur nur ein bisschen dicker gemacht. Und noch ein Schmetterling. Ich habe noch nicht gegessen. 17 Uhr. Ich habe aber eine Eiweißriegel gegessen. Das hat geheilt. Aber jetzt muss ich richtig essen. Sofort. Heute war noch Stopp. Wenn ich die Wahrheit sage, ich hatte einen kurzen Moment, wo ich essen könnte. War nicht viel, aber hatte ich. Aber ich habe einfach weiter gemacht mit der Vorlage, weil das muss schnell fertig sein. Essen ist wichtig. Aber habe ich nicht gemacht. Mache ich, habe jetzt. Alle Kunden geschafft. Habe meine Essen nicht gefilmt. Und jetzt gehe ich nach Hause. Aber ich muss noch arbeiten. Ich will, dass ich sage das immer. Zu oft. Du weißt schon, was du machen musst. Like und teile dieses Video. Abonnere meinen Kanal. Bis beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay.